Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Staatsarchivs des Kantons Zürich. Heute geht es hier um Verbindungen. Und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen schauen wir in die Lebenswelt jener ZürcherInnen des 16. und 17. Jahrhunderts, die den Bund der Ehe eingehen wollten. Zum anderen geht es heute aber auch um inhaltliche Verknüpfungen zwischen Daten. Denn das Staatsarchiv hat die Informationen aus diesen Quellen mit Unterstützung des Statistischen Amts zu einem Wissensnetz verbunden. Das macht die Ehe-Register für die ForscherInnen viel besser nutzbar und lässt ganz neue Untersuchungen zu. Was ich mir darunter genau vorstellen muss, möchte ich aber von zwei Spezialistinnen hören. Und das ist auch gleich eine dritte Verbindung, die hier heute eine Rolle spielt. Bei mir ist nämlich mit Lohr Stadler, Leiterin Open Data beim Statistischen Amt, auch eine geschätzte Kollegin, deren Stimme ihr vielleicht aus dem Podcast Statistisch gesehen kennt, den das Statistische Amt monatlich produziert. Neben ihr ist hier auch Rebecca Plüß vom Staatsarchiv, welche das Projekt zu den Zürcher Ehe-Daten initiiert hat. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Rebecca, vielleicht gleich zuerst. Ehe-Daten, was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist das für eine Quelle? Ja, also bei den Ehe-Daten, da handelt es sich um knapp 300.000 Ehe-Einträge in den Zürcher Pfarrbüchern. Und die Pfarrer haben da zu jeder Ehe erfasst, logischerweise den Namen von Frau und Mann, die geheiratet haben, je nachdem auch ihre Herkunft und auch das Datum des Eintrags. Und da kann man gleich zu Beginn sagen, das muss nicht unbedingt das effektive Heiratsdatum dann sein, sondern es kann eben auch sein, dass das das Verkünddatum der Ehe ist. Und dann, was ganz spannend ist, die Pfarrer, die haben eben auch ganz viel noch zusätzlich notiert, neben diese Einträge. Und das ist dann ein grosses Sammelsurium an Infos, die wir da finden. Also zum Beispiel ist da notiert, was die Eheleute für Berufe hatten oder auch welcher Psalm das gelesen wurde bei der Zeremonie. Genau, und die Ehe-Daten, die wurden über lange, über einen ganz langen Zeitraum von einem privaten Genealogen transkribiert und in einer Datenbank erfasst. Und das Staatsarchiv hat dann diesen Datensatz übernommen und weiter aufbereitet und dann der Öffentlichkeit in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt. Einerseits sind sie im Archivkatalog verzeichnet und dann gibt es auch Nutzen, die haben einfach gerne eine Datei, eine PDF-Datei, die sie dann durchsuchen können oder eben auch, sie stehen eben auch als OGD-Datensatz zur Verfügung, sodass sie auch für statistische Auswertungen zur Verfügung stehen. Ja, und dieser OGD-Datensatz, dieser Open Data, wir haben Analytics dazu, wie Open Data genutzt und gesucht werden. Und der Ehe-Datensatz gehört eigentlich seit seinem Bestehen zu den beliebtesten Datensätzen, zu den meist gesuchten Datensätzen auch. Und ich vermute, dass das nicht nur am Thema liegt, das ein schönes Thema ist, sondern eben auch an der Art der Bereitstellung als Linked Data und vermutlich zu Übungszwecken dienen kann. Okay, auf das Thema Linked Data werden wir später noch zu sprechen kommen. Vielen Dank, Klo. Rebecca, ganz kurz noch zurück zu dieser Quelle. Du hast eben gesagt, das sind zusätzliche Informationen auch enthalten, die die Pfarrer jeweils mit aufgeschrieben haben. Also eben, es sind nicht nur die Namen der Leute, die sich da vermählen wollten. Was lässt sich denn da ansonsten über das Leben herausfinden der Menschen im 16. und 17. Jahrhundert? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen und vielleicht auch ein Beispiel bringen? Ja, also aus diesen Notizen lässt sich vor allem ganz viel herauslesen über was für Sitten und Normen in der frühneuzeitlichen Zürcher Gesellschaft geherrscht haben. Also zum Beispiel hat der Pfarrer oft vermerkt, dass die Ehe ohne Kranz und Schappel stattfand. Die Zeremonie, das heisst konkret, dass die Frau keinen Brautkranz tragen durfte. Und das heisst dann, dass eben diese Ehe nicht der gültigen Moral oder der gültigen Norm entsprach. Und konkret heisst das ziemlich sicher, dass einfach vorheriger Sexualverkehr stattfand. Okay. Also und das war aber ein Vergehen eigentlich, das nicht gegen die Ehe gesprochen hat grundsätzlich. Man hat die dann zugelassen, aber eben als man hat so eine symbolische Bestrafung eigentlich dann über sich ergehen lassen müssen. Ja, also man hat sie sogar verfügt dann. Also wenn vorheriger Sexualverkehr stattgefunden hat, dann wurde diese Ehe verfügt. Es gab dann einfach eine, also vom Ehegericht verfügt und es gab dann einfach in dem Sinn eine Strafe. Also das Ehepaar musste eine Busse bezahlen und es gab eben auch sogenannte Ehrstrafen. Also das heisst, dass dieses Verbot, einen Brautkranz zu tragen, das gehört zu diesen Ehrstrafen. Oder eine andere Ehrstrafe ist, dass dann bei der Zeremonie der Pfarrer nicht gesagt hat, dass das ehrenwerte Personen sind, die da heiraten. Okay. Also dann gab es aber auch Vergehen oder irgendwelche moralischen Fehltritte, die tatsächlich gegen eine Ehe gesprochen haben. Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil die Norm, die sprach eigentlich prinzipiell vor allem pro Ehe. Also ein Paar musste heiraten, ob es wollte oder nicht, je nachdem. Aber eigentlich offiziell gab es schon Verbote. Also zum Beispiel durften, also das frühneuzeitliche Zürich, das war ja protestantisch. Also eine Ehe mit einem Katholiken oder einer Katholikin, das war nicht erlaubt. Und auch der Verwandtschaftsgrad, also wenn irgendein Verwandtschaftsgrad bestand, war die Ehe offiziell nicht erlaubt. Also das heisst, zum Beispiel, das musste nicht unbedingt Blutsverwandtschaft sein, sondern wenn der Mann einer Frau gestorben ist, dann durfte sie zum Beispiel nicht den Bruder des Mannes heiraten, weil der galt offiziell als Verwandt. Kannst du die Verwandtschaftsbeziehungen auch aus den Ehedaten herauslesen, Rebecca? Also man kann vor allem herauslesen aus den Notizen der Pfarrer, da steht ganz oft, dass eine Ehe verfügt wurde oder eben eine Dispensbestand des Ehegerichts aufgrund Verwandtschaft dritten Grades. Also das heisst, dass wahrscheinlich in den meisten Fällen Gousin und Cousine, dass da eine Schwangerschaft bestand, dass die ein Paar waren und eine Schwangerschaft bestand und darum die Ehe verfügt wurde. Das sind jetzt ein paar Regeln, die du hier festgehalten oder beschrieben hast. Das gibt mal zumindest eine Referenz auf die Gesetzgebung, aber wie war denn die Praxis im Alltag tatsächlich? Hat man sie so durchgezogen, wie das auch eigentlich das Gesetz vorgesehen hätte? Ja, also vielleicht nochmals zuerst zur Gesetzgebung. Also die ist ja im Prinzip sehr einfach in seiner Essenz. Und zwar war einfach Sex legitim zwischen Mann und Frau in der Ehe und alles andere war verboten. Und in der Ehe war es eben auch Pflicht. Also die Sexualität, die diente einfach zur Fortpflanzung. Und das ging sogar so weit, dass eben sogar die Anbahnung einer Ehe streng reglementiert war. Also es gab zum Beispiel die Bestimmung zum verdächtigen Zusammenwandel, heisst das. Und darin steht, dass wenn zwei Personen miteinander buhlen, oder man würde heute wahrscheinlich flirten sagen, dass sie dann entweder sofort heiraten müssen, oder dann soll man sie voneinander trennen, genau. Und dass es gegen so eine Bestimmung oder auch gegen Sexualität ausserhalb der Ehe, dass es da viele Verstösse gab, das ist ziemlich sicher. Also ich beschäftige mich ja auch noch mit den Ratsmanualen. Und wir sind da gerade an der Aufbereitung des 16. Jahrhunderts. Und da, also gefühlt beschäftigten sich die Ratsherren da 50 Prozent der Zeit mit Ehebruch, Leute, die nicht, genau, wo schon eine Schwangerschaft bestand, etc. Genau. Also, und es gibt auch, ich habe auch kürzlich einen Artikel gelesen von Walter Letsch, und er sagt eben, er hat da eine Untersuchung gemacht zu einem Ort in Zürich, ich weiss nicht mehr welcher es war, aber auf jeden Fall, er kommt eigentlich zum Schluss, dass vorherige Sexualität möglicherweise ziemlich verbreitet war und auch akzeptiert in der Bevölkerung. Also das heisst, man hat eigentlich nachher dann die Ehe vollzogen, um das nachträglich zu legitimieren, dass man schon vorher Sex miteinander hatte. Genau, also man hat in dem Sinn dann wahrscheinlich gemerkt, dass da eine Schwangerschaft bestand, und dann ist man einfach möglichst schnell dann zum Pfarrer gegangen und hat diese Ehe angemeldet und hat dann darauf gehofft, dass das noch niemand merkt oder sieht. Okay, jetzt hast du vorher von den Linked Data gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen, was sind Linked Data überhaupt und in welchem Zusammenhang kommt das jetzt hier mit den Ehe-Daten zusammen? Also was ist daran Linked Data? Ja, also ich durfte in einem Projekt diese Ehe-Daten eben auch als Linked Data aufbereiten. Und das muss man sich so vorstellen, das ist ein Wissensmodell, wo eben Bedeutungszusammenhänge auch explizit und maschinenlesbar gemacht werden. Und zwar nicht, wie man das sonst kennt oder sich vorstellt mittels maschinellem Lernen, sondern eben in diesem Wissensnetz sind auch Regeln definiert. Kann ich hier ganz kurz einhängen? Wie muss ich mir das vorstellen? Da ist eine handschriftliche wahrscheinlich Quelle und die wird a. digitalisiert und b. inhaltlich verknüpft. Aber womit verknüpft? Also man definiert wie ein Datenmodell. Und ja, das nennt man in den Linked Data eine Ontologie. Und das ist wie ein Datenmodell. Also man definiert, was befindet sich da in diesen Daten. Also es befindet sich, spezifisch bei den Ehe-Daten befinden sich da drin, Ehe-Einträge und die werden von Pfarrern verzeichnet und da befinden sich da drin Frauen und Männer und so weiter. Das ist in dem Sinn so als Datenmodell modelliert und dann werden die Daten auf dieses Modell gemappt. Und das ist eben die grosse Chance von Linked Data, dass dieses Modell dann wie Teil des ganzen Datensatzes wird und eine Einheit bildet und eben auch maschinenlesbar ist. Also das heisst eigentlich, ein Modell bedeutet, man umreisst grundsätzlich die Informationen, die in dieser Quelle überhaupt zu finden sein könnten? Genau. Okay. Und wie man sie abfragen kann dann. Also wenn man das Modell hat oder die Ontologie hat, dann weiss man, wie man sie abfragen muss. Also auch immer, was für Daten sind darin, was für Entitäten und wie sind sie miteinander verbunden. Und dann kann ich so zum Beispiel, eine ganz einfache Abfrage ist, dass ich einfach frage, ja, wie viele Frauen sind denn da in diesen Daten oder wie viel mal nach Anzahl Vorkommen sortiert. Also da sieht man dann zum Beispiel, dass die ganz viele Frauen, die hiessen Anna. Also da kann man so die häufigsten Namen, das ist so ein einfaches Beispiel, genau. Lo, was unterscheidet diese Daten jetzt von anderen Open Data, die der Kanton zur Verfügung stellt? Wie die meisten Open Data, die wir zur Verfügung stellen, sind eigentlich einfache tabellarische Daten. Also normalerweise ist das in einem offenen Format. Das nennt sich CSV, aber man kann sich das vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Und da steht ja jede Spalte nicht im Zusammenhang mit der nächsten. Das heisst, es gibt eben keine Beziehungen. Und dann haben wir ganz, ganz wenige Daten, die zueinander in Beziehung stehen können. Es gibt von Tim Berners-Lee, der hat das Internet erfunden, sage ich mit Gänsefüßchen. Gibt es so die Idee, dass Daten immer besser werden, je mehr sie miteinander verknüpft und in Beziehung gesetzt werden. Also immer besser nutzbar. Wenn man sich das überlegt, woher Tim Berners-Lee kam und das Internet kam, dann macht das Sinn. Er sagt ja, das Internet besteht ja eigentlich einfach aus verschiedenen Webseiten und die sind über eine URL miteinander verlinkt. Und genau gleich macht er es mit einzelnen Datenpunkten, also diesen kleinen Quadraten in einer Tabelle. Die sind auch mit einer URL miteinander verlinkt. Und jetzt kann ich eben die einzelnen Datenpunkte ansprechen, während ich bei tabellarischen Daten, so wie wir sie noch haben, das ginge schon auch anders, kann ich nur die ganze Tabelle finden. Das heisst, ich finde bei uns im Moment die Tabelle der Bevölkerungszahlen, aber nicht die Anzahl Kinder zwischen fünf und zehn in Atliswil. Okay. Vielleicht kann ich noch etwas einwerfen, also was bei den, um sich das auch noch vorzustellen, oder Lohr hat von Tabellen gesprochen und bei Linkdata, das funktioniert eigentlich, da funktionieren die Daten als Graph. Also da kann man sich wirklich so ein Graph vorstellen, ein Netz, wo alle Daten miteinander verknüpft sind. Also ein Wissensnetz. Ein Wissensnetz, genau. Und eben auch das Modell ist ein Netz. Lohr, jetzt habt ihr ja, du hast das vorher kurz anklingen lassen, wie weit seid ihr an anderer Stelle oder mit welchen anderen Open Data-Sätzen geht ihr jetzt dahin, dass ihr sagt, ihr wollt in Richtung Linkdata gehen? Wir haben Rebecca begleiten dürfen bei dieser Arbeit und haben auch zusammen mit weiteren Personen im Kanton Zürich, die sich für Linkdata interessiert haben, so eine Arbeitsgruppe gebildet, haben überlegt, welche Infrastruktur brauchen wir dafür. Es braucht nicht mehr eine relationale Datenbank, wie wir normalerweise eben noch haben, sondern einen sogenannten Triple Store. Es braucht komplett andere Dinge. Das heisst, wir haben uns das überlegt, wir haben entschieden, wir machen das eineinhalb Jahre lang und am Ende haben wir trotzdem nur diese Ehe-Daten publiziert als Linked Open Data. Das heisst, kurze Antwort, nirgends sind wir. Das liegt ein bisschen auch an uns. Also die Stadt Zürich zum Beispiel, Statistik Stadt Zürich, die haben ein Projekt, dass alle ihre Daten, die öffentlich sind, sollen mit Automatisierung dieser handgeschriebenen Regeln, sollen die zu Linked Data gemacht werden, sodass dann alle ihre Open Data irgendwann Linked Data sind. Wir haben gemerkt, für uns ist dieser Aufwand wirklich zu gross. Parallel dazu würde das unglaublich viel Wissen erfordern, im Kanton an ganz vielen Orten, um diese Regeln zu erstellen, um diese Arbeit zu machen, die Rebecca hier kann, weil sie das studiert hat. Und dann aber auch wieder, um diese Daten zu nutzen. Das ist auch nicht einfach ganz so easy. Auch dafür muss man wieder etwas können. Wenn wir Tabellen anschauen, dann verstehen wir die als Menschen noch. Wenn wir diese Linked Data anschauen, dann müssen wir ein ganz klein wenig programmieren können. Es ist nicht mega schwierig, aber es ist nicht mehr nur eine Tabelle. Das heisst, im Moment ist es bedarfsorientiert. Dann, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir möchten das machen, dann werden wir aktiv. Und wir haben auch ein, zwei Projekte, die laufen. Also es gibt diese Ehe-Daten, die noch online sind von Rebecca. Dann gibt es arteigenschaften.ch von der Baudirektion. Das sind Linked Data, die versuchen, die ganze Biosphäre von Orten, die ja sehr vernetzt ist natürlich, abzubilden in Daten. Und dann gibt es noch Projekte für Stammdatenmanagement oder für geteilte Daten, die überall aktualisiert werden sollen können. Aber da sind wir noch nicht so weit. Diese Datensätze, die ihr da jetzt schon bearbeitet, oder vielleicht kannst du es auch am Beispiel der Ehe-Daten kurz erklären, wie verändern sich da jetzt die Bedürfnisse der Nutzenden auch durch den Einsatz der KI? Ich schaue Rebecca an und bitte Sie, mich nachher zu ergänzen, wenn ich mal einen Versuch wage. Ein grosses Problem für die Nutzung von Open Data, wie wir sie gerade noch haben, durch künstliche Intelligenz, ist, dass die Metadaten, die erklären, wie die Beziehungen zwischen den Datenpunkten sind, die sind eben nicht für Maschinen geschrieben, die sind nicht maschinenlesbar. Das heisst, Linked Data wäre eine Form, hier Abhilfe zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch, weswegen die Stadt Zürich diesen grossen Aufwand auf sich nimmt. Es wäre aber nur eine Form, glaube ich. Und wir können diesen Aufwand einfach nicht leisten. Rebecca, würdest du sagen, wir müssen Linked Data machen, um zukunftsfähig zu sein? Nein, das würde ich so stark jetzt nicht sagen. Ich denke, eben wie Lohr auch gesagt hat, es braucht relativ viel Initialaufwand, um Daten als Linked Data aufzubereiten, um eben auch diesen Mehrwert dann zu schaffen. Also man kann schon Daten in Linked Data konvertieren, indem sie einfach in eine andere Form bringen. Aber das bringt uns nicht weg von Datensilos. Also die Chance ist eigentlich darin, dass man sich wirklich mit den Daten befasst und dann schaut, was ist da drin. Und dann andere Communities oder andere Datensätze, die als Linked Data aufbereitet sind, anschaut und eben deren Datenmodelle anschaut und dann schaut, wie können wir jetzt diese beiden Modelle miteinander in Verbindung bringen. Für das müssen konkret Menschen zusammensitzen und miteinander sprechen, um zu schauen, was ist in unseren Daten, um was geht es da und was ist in den anderen Daten. Und so kann man eigentlich wirklich die dann optimal miteinander verlinken. Aber wenn ich jetzt einfach sehe, zum Beispiel in einem anderen Linked Data Datensatz, da hat es das Feld Titel und in meinem Datensatz hat es das auch. Und dann verlinke ich einfach diese beiden Felder miteinander, das könnte ich tun, aber in diesem Datensatz bedeutet eben das Feld Titel etwas ganz anderes als in meinem. Dann gibt das eigentlich eher ein bisschen eine Inkonsistenz und es braucht einfach viel Initialaufwand, um diese Daten wirklich so aufzubereiten, dass man dann die Chancen, die in dieser Technologie liegen, nutzen kann. Und das andere Problem ist eben auch, dass es auch nicht so einfach ist, also man kann sich nicht hinsetzen und aha, da sehe ich eine Tabelle und ich kann da irgendwie schnell eine Grafik draus machen, sondern es braucht einen Initialaufwand von Nutzenden, um herauszufinden, wie sie diese Daten auch abfragen. Also ich habe mit den E-Daten versucht, da viel Unterstützung zu bieten, indem ich Beispielabfragen definiert habe, indem ich das Datenmodell auch veröffentlicht habe und gezeigt habe, wie diese Daten miteinander in Verbindung stehen. So kann man etwas Abhilfe schaffen, aber dennoch braucht es ein bisschen einen Initialaufwand. Und die Community, die wirklich sich viel mit Linked Data befasst, die ist einfach nach wie vor immer noch sehr klein. Und welche neuen Möglichkeiten oder zusätzlichen Möglichkeiten ergeben sich jetzt bei der Untersuchung dieser E-Daten daraus, dass sie eben als Linked Open Data angeboten werden? Die Nutzenden können jetzt, indem sie diese Daten einfach mal explorativ erforschen. Das heisst, sie können sie auf verschiedene Arten einfach mal visualisieren und dann ergeben sich vielleicht irgendwelche Muster. Und da gibt es eben ein schönes Beispiel, wenn ich einfach die Anzahl Ehe-Einträge pro Jahr visualisiere, dann gibt es eben zwei deutliche Peaks. Und zwar ist es einerseits 1611, 12 und 1628, 29. Und wenn man dann eben genau hinschaut, dann waren das Pestjahre. Also das heisst, Menschen heirateten ja in der frühen Neuzeit vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, das war eine Absicherung. Und das heisst, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin gestorben ist, dann musste man einfach möglichst schnell wieder heiraten. Und das ist die Erklärung für dieses Muster, das sich da zeigt. Und welche neuen historischen Erkenntnisse hast du jetzt bei der Arbeit mit den Linked Open Data gewonnen? Ja, also ein Beispiel ist, ich habe einfach mal visualisiert, an welchen Wochentagen wo so geheiratet wurde. Und dann zeigt sich eben ein ganz spannendes Muster. Und zwar wurde auf dem Land hauptsächlich am Dienstag geheiratet und in der Stadt hauptsächlich am Montag, also sprich in Winterthur und in Zürich hauptsächlich am Montag. Und wenn man dann eben ein bisschen die Notizen anschaut, der Pfarrer, dann sieht man, dass an die Einträge, also die Heiraten, die eben nicht am Montag und Dienstag geschlossen wurden, dass da eben ganz viel steht, also was wir am Anfang gehabt haben, dass eine Dispense des Ehegerichts vorliegt, dass die Frau schwanger war, dass sie irgendein nicht der gültigen Norm entsprach. Das heisst, ich habe mich dann gefragt, wie kommt das? Also es gibt einerseits ein Mandat, das eben sagt, dass am Sonntag soll eine Ehe verkündet werden und dann am anderen oder dritten Tag geschlossen werden, sofern dieser Ehe nichts im Wege steht und es keine Einwände gibt. Das heisst, also eine Ehe wird dann am Montag oder am Dienstag geschlossen, wenn alles der Norm entspricht. Und was eben auch noch möglich ist, dass wahrscheinlich der Montag in der Stadt und der Dienstag auf dem Land, das könnten die Tage des Wochengottesdienstes gewesen sein, also da, wo die Menschen gehen mussten, weil da auch Mitteilungen gemacht wurden von der Obrigkeit. Also das heisst, da gab es dann ganz viel Publikum und an den anderen Tagen je nachdem weniger. Also manchmal steht dann auch, ja, die Ehe wurde wegen einer Schwangerschaft in der Frühpredigt geschlossen. so, also es entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass die Ehen, die nicht dergängigen Normen sprachen, die wollte man etwas verstecken vor der Öffentlichkeit. Und also für die Obrigkeit war es, möglicherweise ging es auch um eine Aussenwirkung. Also man wollte sich als vorbildlichen Gottesstaat präsentieren. Aber etwas, was schon spannend ist, ist, warum in der Stadt am Montag und auf dem Land am Dienstag, also wenn da Hörerinnen oder Hörer eine Idee hätten, genau. Können Sie die uns gerne natürlich auch schreiben. Eine Nachfrage habe ich, weil du gesagt hast, am Sonntag musste man das verkünden und dann gab es Wochen Gottesdienste, die offensichtlich nicht am Sonntag waren. Wo wurden die Ehen denn verkündet? Ich dachte jetzt, die werden halt am Gott, weil Sonntag ist unser Gottesdienst oder heute. Ich dachte, die wurden dann von der Kanzel verkündet. Musste man einfach mehrfach zur Kirche? Ja, also ich weiss nicht genau, wie viel Mal man gehen musste. Ich weiss, es gibt Mandate, die sagen, mindestens eine Person pro Haushalt muss seinen Gottesdienst besuchen, weil da eben auch Mitteilungen gemacht wurden von der Obrigkeit, irgendwelche Mandate verlesen wurden. Also man muss sich vorstellen, in dieser Zeit, also die Kirche und Staat, das war eines, das war eine Einheit. Also das heisst, die Kirchgemeinden, die funktionierten wie Verwaltungseinheiten und die Pfarrer, die waren wie die Beamten, die dann eben die Mitteilungen der Obrigkeit in der Kirche machten. Und genau. Deshalb schwang damit in Ihnen auch noch viel mehr mit. Du nennst in der Masterarbeit ja auch weitere Forschungsfragen, die mithilfe der Linked Open Data untersucht werden könnten. Kannst du da vielleicht mal eine nennen, die du so denkst, das wäre jetzt besonders spannend, das würde ich jetzt direkt angehen? Ja, also man könnte sich zum Beispiel mal fragen, gab es Zeiträume, wo mehr oder weniger geheiratet wurde? Also nicht nur in Bezug auf die Jahre, wie wir das vorher hatten, mit den Pestjahren, sondern eben auch vielleicht Monate, also Tage haben wir, Wochentage haben wir jetzt in dem Sinne auch gehabt. Aber es gibt zum Beispiel im frühneuzeitlichen Frankreich, habe ich gelesen, da gibt es so einen Aberglauben, dass eine Mai-Braut dann den Mann unterjocht in der Ehe und darum es weniger heiraten im Mai gab. Und es wäre jetzt noch spannend zu schauen, ob es für Zürich auch irgend so einen Aberglauben gibt, dass dann solche Auswirkungen hatte auf die Ehe dort. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Liebe Laurel, liebe Rebecca, danke euch für euren Besuch und dass ihr uns hier eine Vorstellung davon verschaffen konntet, wie ihr uns die Nutzung historischer und anderer Daten erleichtert. Jeden von euch, die noch mehr dazu wissen möchten, was der Kanton aus seinen Statistiken herausliest und welche Geschichten in den Daten schlummern, die wir als BürgerInnen dieses Kantons erzeugen, den lege ich hier den Podcast des Statistischen Amts wärmstens ans Herz. Er heißt statistisch gesehen und erscheint monatlich überall da, wo es Podcasts gibt. Lohr und meine Stimme werdet ihr auch da immer wieder mal hören. Euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich an dieser Stelle für euer Interesse. Falls ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt oder eben vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, die vor Rebecca kurz gestellt hat, dann schreibt uns diese doch per Mail an staatsarchivzh at ji.zh.ch Und falls ihr uns auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Podcast-Plattform hört, abonniert doch gleich unsere Show. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit. Die Festplatte Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Die Festplatte